Jetzt frage ich mich natürlich, warum hat er einen Report drin? Ich's hier, bräuch's GeniePee, willkommen meine Damen und Herren zum neuesten Video. Endlich wurden die Cheater weggebannt. Über die letzten drei Wochen haben wir sieben Overwatch-Fälle geladen und die Dödel darin beim Cheaten erwischt. Und leider wurde ja bis letzte Woche noch niemand gebannt. Aber jetzt haben wir sechs Bans am Start. Ich zeig euch alle. Der erste Bann ist ein Game-Bann und der ging vor sechs Tagen rein. Der Account ist nicht wirklich voll. Da haben wir ja schon drüber geguckt, dass die Accounts der Cheater meistens nach nichts aussehen. Der zweite ist, der knelt hier auch mit einem Game-Bann vor drei Tagen. Das heißt, der vor sechs Tagen, das war auch einer der Fälle vom letzten Dienstag, der kam einen Tag nach unserem Video. Der hier ist, glaube ich, auch noch von dem neuesten, also aktuellsten Fall von letztem Mal. Da ist die Bann-Geschwindigkeit schon recht flott, würde ich sagen. Also vor allem der erste vor sechs Tagen, also vor sieben Tagen kam das Video einen Tag später Bann. Das ist schon echt wirklich geschwind. Der dritte kleine Gauner hat immerhin ein Profilbild drin und ja, ein Background halt. Er hat schon diverse Game-Banns erhalten und jetzt vor drei Tagen dann den letzten. Also das ist einer aus dem Case vom letzten Mal. Aber kein Suspect, sondern eben einfach nur einer, der auch mit dem Suspect zusammen gecheatet hat. Jetzt haben wir hier noch einen von den älteren Fällen. Der hat jetzt gerade vor zwei Tagen seinen Game-Bann bekommen. Also das hat sehr lange gedauert. Wir haben den ersten Fall vor mittlerweile über drei Wochen gemacht. Das ist schon, das ist schon eine ganze Weile. Aber gut, immerhin ist ein Bann dann langsamer nachgerückt. Immerhin etwas. Auch wieder ein komplett leerer Account. Und was mir vorher noch aufgefallen ist, als ich die anderen Spieler in den Demos mir angeschaut habe, die eben auch reingehackt haben, ist, dass ganz viele sogar ihren Account noch nicht mal fertig haben. Da steht dann hier ein Text, dass dieses Team-Profil noch gar nicht eingerichtet ist. Also es ist komplett neu, auch noch kein Bann drauf. Ich habe mir dann überlegt, dass die Leute vielleicht, ja, sich halt ständig die neuen Accounts machen mit einem Cheaten, danach mit dem nächsten Cheaten und so weiter und so fort. Ich nehme an, das ist kein neuer Gedanke, sondern Standard. Wenn man immer schön Hopping betreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, nehme ich an, geringer, dass einer überhaupt gebannt wird, weil sich die ganzen Reports dann nicht so ansammeln können, wie wenn man eben auf einem Account die ganze Zeit hackt. Wir haben noch zwei kleine Stinker. Und zwar haben wir genau so einen Fall, den ich eben angesprochen habe. Also die haben noch nicht mal ihr Profil fertig. Der hat einen Bann bekommen. Sehr schön. So muss es laufen. Ist auch wieder ein Game-Bann. Und der letzte hat sogar einen Wack-Bann erhalten. Und zwar vor einem Tag. Sein Profil ist ein bisschen, bisschen, minimalst vorhanden. Aber ja, das ist natürlich kein Steam-Profil. Also ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, vor einem Tag der Wack-Bann reingeflogen. Sehr schön. Das waren jetzt die sechs gebannten Accounts der letzten vier Wochen von den Fällen, die ich mir angeschaut hatte. Denkt aber dran, da waren jetzt nur ein paar Suspects dabei. Der überwiegende Teil waren Leute, die auch einfach mitgehackt haben, aber kein Suspect waren, sondern eben einfach mit in der Lobby waren. Das ist uns ja auch schon beim Anschauen aufgefallen, dass halt Mates irgendwo auch reinspinnen oder halt irgendein Gegner fette Bunnyhops macht oder sowas und eben auch anhat, ja. So, Dille. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich heute noch mindestens wieder drei weitere Fälle an. Ich mache die ganze Schose hier schon mal auf und lade den ersten runter. Ich wäre schon fast zum Glauben abgefallen. Also letztens dachte ich noch, warum wird denn da alles noch keiner gebannt? Das gibt es doch gar nicht. Und endlich, endlich kamen sie nach. Ich werde jetzt übrigens die Fälle, soll ich die löschen? Also Fall 7 lösche ich, der Suspect wurde gebannt. Fall 6 lösche ich auch, Suspect wurde gebannt. Und Fall 5 war auch, aber Fall 1, 2, 3 und 4, da sind die Suspects noch am freien Fuß. Das heißt, die lasse ich einfach jetzt noch da und gucke dann noch ein bisschen rein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache, wie viele Wochen, aber ja. Jetzt hoffe ich hier natürlich ganz fest und direkt auf so einen etwas besseren oder gescheiten Fall, weil es so lange dauert, also gefühlt so lange dauert, bis ein Neujahr kommt. Wenn ich hier einfach durchnudel, ah, sehr gut, der guckt noch gerade aus. Wenn ich einfach durchspule und dann auf den nächsten Fall warten muss, das dauert. Also 8, 9, manchmal 10 Minuten. Gut, gut. Also, äh, da, da war auf jeden Fall schon wieder ein bisschen arg viel Info bei. Oh, komm, Monsieur, bitte. Ich hab's doch eben gesagt. Du bist echt ein Keck, wirklich, der größte Kecko der Welt. Mh, naja, heute hab ich wenigstens Zeit vorm Livestream, also alles gut, alles gut. So, du kleiner Knirsch, leider, Monsieur, einfach mal weggeladert. Ich hoffe, dass sein Bann auch direkt morgen reinkommt. Ja, er freut sich, will weiter zocken, macht Steam an. Das wünsche ich ihm ganz fest, Dankeschön. Na, endlich, es geht doch, es waren ja nur 40 Minuten, ne? Du willst einfach geschwind was machen, aber es geht nicht. Neuer Fall, neues Glück, gucken wir mal rein. Ach Gott, Kurbelstein, ah, Wingman. Naja, okay. Wingman ist... Hm. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, dass er hier echt probiert, noch irgendwas zu machen, oder? Komm. Warum macht er jetzt den hier? Warum macht er nicht direkt die volle Lotte? Was ist denn hier? Wow, er frisst aber auch flott. Ich glaub, das ist direkt ein Vierer-Hack-Tournament hier. Zwei gegen zwei. Alle haben an. Oh, ne, der eine ist gegangen. Sein Mate ist schon mal weg. Ich will nur kurz reingucken, ob er gleich wieder da ist. Ne. Oh, ach Gott, Leute. Wir haben hier jemanden, der nach oben guckt, wenn man hier, ähm... Das hab ich noch nie gehabt. Sonst gucken sie immer nach unten. Und machen dann ihren Scheiß. Ganzes euer Hack. Naja, reicht mir jetzt aber auch wieder, ne? Mit dem nach oben gucken. Later. Weg mit dem kleinen Kacklur. Und ab dafür. Tausend Jahre warten. Und dann kommt der nächste Fall. Also, erster Fall. Ich hab mich schon fast wieder vergessen, weil es so lange her ist. War ein, äh... Kacknasensalat-Esser. Und der zweite jetzt auch. Genau. Alle guten Dinge sind drei. So, Fall Nummer drei. Runterladen. Ich leg mir im Hintergrund auch wieder ab. Diesbezüglich noch ganz kurz was gesagt. Ich hab jetzt schon ein paar Leute angefragt oder angeschrieben und gefragt, wie das geht mit dem Fälle runterladen und halt in die Profile reinschauen. Ich hab demjenigen, der mir es verraten hat oder gezeigt hat, wie es geht, versprechen sollen, müssen, dass ich es halt niemandem anderen weitergebe. Weil er die Befürchtung hat, dass wenn es ganz viele wissen, dass es dann von Valve irgendwann unterbunden wird. Aber die Sache ist einfach und es gibt hundertpro auch schon Videos zu diesem Thema, wie man das macht. Also, es ist kein Geheimnis. Es benutzen sehr viele. Es ist nicht schwer, an diese Infos zu kommen. Wenn ihr ein bisschen googelt oder auf YouTube rumguckt, dann findet ihr da auf jeden Fall was dazu. Okay? Sehr gut. Okay, Inferno. Ist das schon mal gut? Besser als Mirage, besser als das 2, aber halt auch nicht optimal. Vor kurzem dachte ich auch, auf Nuke wäre alles cool und dann hat er reingedreht. Also, wir müssen mal schauen. Komm schon. Normaler Fall. Auf. Ich glaube, er hat immerhin, immerhin schon mal... Ah, wie er sich schon wieder rumbewegt. Er hat immerhin einen AWP-Skin am Start. Ah, wow. Ist das eine SSG 08 Plus. Deliziös. Also, da erwarte ich irgendwie nicht so viel. Oh Gott, wie er auch schon zuckt. Nein. Nein. Der eine, wie er das schleicht. Oh, okay. Das ging ganz schön ins Gesicht durch die Smoke. Er weiß, wo der ist und lockt auch automatisch ein. So ein spannender Fall. Und die Bunny Hops. Wahnsinn, Monsieur. Wahnsinn. Alles ohne einen Skript. Also, wird auch diese Kacknase schön hinfortgekeckelt. Ähm, Vision, Aim, Other. Ja, ich spule direkt durch, weil, also, es hat jetzt hier keinen Sinn, oder? Sich das anzugucken. Es ist halt echt immer dasselbe. Auch dieser Knilch bekommt also das volle Programm gedrückt. Bis auf Grief. Und dann machen wir weiter. Na, also. So, vierter und letzter Fall für heute. Wir schauen rein. Und jetzt hoffen wir wirklich ganz fest, dass das, bitte, irgendwas Gescheites ist auf. Es muss jetzt ja nichts mit fetten Skins sein oder ein kompletter Legit. Aber so ein bisschen. So ein bisschen. Und... Noch schaut er gerade aus, aber es zappelt schon wieder so hin und her. Das Kämchen. Warte mal, wir gucken mal kurz rein. Oh. Also, komischerweise hat er bis jetzt null Kills. Es steht 9, 4 für die T's. Äh, die CT's sind fast alle gegangen. Und er hat 0, 1, 11 bei sich drinstehen. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, warum hat er einen Report drin? Ich nehme nämlich an, dass er versucht, sich zu verstecken vor denen. Da ist sein erster Kill. Guter kleiner Stinker. Wir schauen mal, was weiter passiert. Also, die Bombe ist gelegt. Ähm, 2 gegen 3. Er holt hier die Nächsten. Also, da hinten brennt der eine. Ne, er brennt nicht. Ein Ninja. Na, immerhin etwas Interessantes. Oh. Schade. Es sah kurz so aus, als hätte er den gesehen. Hätte er einen Wallet gehabt. So, ah ja, da ist einer. Da drin ist der andere. Ähm. Hm. Also, sie bekommen scheinbar Fett auf die Nase. Weil bei den Gegnern wohl, äh, einer cheatet. Obwohl 13,5 bei so einem Spielstand auch überhaupt keine Cheater-Stats sind. Und auch diese 22,12 sind da nichts Besonderes. Jetzt frage ich mich halt nur, warum er reportet wurde. Seine, äh, Voice-Aktivität und Chat-Aktivität kann ich nicht kontrollieren. Was übrigens, finde ich, nach wie vor ein riesen Minuspunkt ist. Es muss, es muss gehen, äh, dass man das auch überprüfen kann. Seiten wie Faceit und Co. machen das ja auch. Und entfernen Leute auch. Wenn sie zu toxisch sind, dann kriegen die, dann kriegen die einen, kriegen die eins auf den Deckel, kriegen einen Bann oder was weiß ich halt. Das wäre hier auf jeden Fall auch ratsam. Dann hast du schon mal die ganzen Kacknasen nicht. Die halt, jetzt nicht nur reinflamen so ein bisschen, sondern die halt extrem krass reinbeleidigen, ne. Oder irgendwelche rassistische Scheißerlabern oder sowas. Die könntest du halt direkt entfernen. Und stellt euch vor, die würden dann sogar ein Bann bekommen. Das wäre schon, wäre schon schnuckelig irgendwie. Ich meine, er muss jetzt ja kein Wackbann sein, klar. So, sein Mate ist jetzt hier durchgegangen mit diversen Headshots. Ich, ich kann halt nicht, ähm, in seine Headshot-Rate reingucken. Ich sehe nur seine und bei ihm ist jetzt halt echt noch nichts eigentlich am Start. Es ist auf jeden Fall, wie gewünscht, ein interessanter Fall. Weil ich mich hier wirklich fragen muss, was passiert ist. Warum sind sie so aufgelöst und warum hat er einen Report bekommen? Also, wenn man, ähm, wenn das alles Hacker sind, beziehungsweise halt, keine Ahnung, irgendwelche Kackstelzen oder da ein Hacker dabei ist, der ein Report-Bot hat, dann kann das natürlich sein, dass da halt einfach ein Report-Bot losgeschickt wurde auf einen der Legits, der sich vielleicht im Chat aufgeregt hat. Ähm, und dann hieß es halt sowas wie, haha, du bekommst auch ins Overwatch, zumindest kommst du rein. Du wirst wahrscheinlich nicht gebannt, aber du wirst überprüft. Äh, ja, mal schauen. Also im Moment hat er zumindest noch nichts durch die Smoke genascht und die Gegner sind auch sehr, sehr zurückhaltend irgendwie. Sie standen alle fünf, als hätten sie Angst, da hinten rum und haben gewartet. Jetzt schreibt er wahrscheinlich gerade, ihr seid ganz schön gemein, ihr Ekel-Pakete. Aber ja, was man da jetzt genau von halten soll, also Banjo macht hier weitere Headshots, zieht ordentlich rein. Was natürlich auch sein kann, ist, dass ein Report daneben geht, ne, aber sehr unwahrscheinlich. Dass man einfach die Namen verwechselt, ne, der Cheater killt einen und er killt auch zufällig einen und der Getötete reportet ihn. Aber das, wow, so ein Spray. Das müsste dann ja auch oft passieren, dass er dann überhaupt ins Overwatch kommt. Ein Report, das sich irgendwie verirrt hat, reicht ja nicht. Was glaubt ihr, was hier los ist? Ich kann euch nochmal kurz das Go-Bout aufmachen, also es sieht so aus. Unser Suspect hat zwei 1-15er-Stats, sieben Punkte und ein 42er-Ping, der jetzt unrelevant ist. Banjo hat einen guten Ping. Also es ist overall irgendwie nix, wir können hier auch nochmal das aufmachen, aber viel zu sehen gibt es hier nicht. So, der geht alleine auf A, da ist eine AWP, die rumdobst. Warte mal, lass mal genau durch die Wände auf die Feinde gucken. Glaubt ihr, dass die Feinde anhaben? Also die Feuergefächer dauern zumindest recht lange dafür, dass vielleicht jemand anhat. Wir sind noch vor kurzem dieser besondere Fall, den wir von Sansa bekommen haben, bei dem ein Cheater einfach alle seine Mitspieler gekickt hat, um alleine den Win einfahren zu können, nachdem es schon ganz schlecht aussah. Könnte ja auch sowas in die Richtung sein, aber ja, die verlieren ja. Übrigens ist eben einer von den Cities gegangen, wo wir gerade von Kiki sprechen. Wurde er gegangen? Ach, ich kann da nicht in den Chat irgendwie reinglotzen. Say hi. Wow. Also, vielleicht, vielleicht wurde er von seinem Mate wegen Griefing reported, weil er so schlecht war. Oder von den gesamten Mates wegen Griefing reported, weil er halt einfach nichts gedrückt hat. Die Gegner hatten vielleicht gar nicht an, sondern waren einfach nur gut und alle haben sich aufgeregt und gesagt, äh, äh, und haben ihm halt einfach Griefing gedrückt. Das kann natürlich sein. Er hat jetzt sehr langsam reagiert, aber er hat reagiert, also ich würde ihm da jetzt kein Griefing strikt draus ziehen. Es ist auch kein Griefing, wenn man schlecht ist. Es ist halt einfach schlecht, wenn man schlecht ist, aber kein Grief. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich wollte mir das ja eh nochmal kurz upscreenen, weil ab und an Leute mit mir diskutieren, dass wenn jemand AFK ist, ist es ja kein Griefing. Ich glaube, es geht los, Kinder. Für alle die, die da manchmal scheinbar ein Problem haben. Also hier steht. Behaviour that was disruptive, anti-competitive and or anti-social. Ja? Und wenn jemand rumsteht, AFK steht und wirklich eine geraume Zeit da rumsteht, dann ist das auf der einen Seite disruptive und anti-competitive. Er unterbricht das Spielgeschehen ja in einer Weise und es ist anti-competitive. Also er, äh, macht ja nichts. Er versucht ja gar nicht zu spielen, ne? Wenn jemand schlecht ist, dann versucht er sicherlich zu spielen, ist aber halt einfach schlecht. Also rumgammeln ist schon auf jeden Fall oder auch absichtliches Blocken, Team-Kills oder Team-Attack und so weiter, wenn es dann mit Absicht durchgeführt wird. Das ist alles, äh, Griefing. Wenn jetzt jemand geboostet ist vom Skill her, er ist eigentlich silver und ist jetzt global, dann ist es, würde ich sagen, auch anti-competitive. Aber du kannst es halt nur ganz schwer feststellen, ob nicht jemand einfach nur einen schlechten Tag hat. Wir haben das auch in den Streams, dass unsere Leute, die pressen wie die Sau, manchmal halt gefühlt fast gar nichts machen. Dass ich sogar über den stehe, obwohl ich bei uns wirklich nicht der Beste bin. Ähm, das passiert einfach. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Und man kann auch mal, äh, zumindest mit Null-Kills die erste Hälfte, äh, durchleben. Das kann passieren, gerade wenn du bei CT anfängst und die Gegner nicht bei dir sind. Ich mache übrigens, ja, hier ist ja gar nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Das weiß ich nicht. Von daher, von meiner Seite aus hat er gar nichts Schlimmes, Negatives, Böses gemacht. Der kann nur einfach da bleiben. Wenn ihr bei CT anfangt und du auf B bist und die Feinde nur auf A gehen, dann kann es eben passieren, dass du nach der Hälfte Null-Kills hast. Weil, wenn deine Mates gut sind auf A, holen sie jedes Mal die Runde, du fängst vielleicht noch an zu rotieren, aber dann ist es gewonnen. Und wenn das die ganze Zeit passiert, hast du halt Null-Kills und du konntest ja auch keine machen. Also, da würde ich wirklich nicht drauf gucken, wenn es um Reports geht. Wenn jemand rumsteht, rumschimpft, den Voice-Chat voll spammt oder sowas, Musik laufen lässt, das ist Disruptive, sofort Grief. Aber, äh, wenn jemand halt nur schlecht spielt, kann man eben da eigentlich kaum ein Ding draus drehen, also, geht eigentlich nicht. Soweit so gut, dann würde ich sagen, die vier Fälle behalte ich im Auge oder vielmehr die drei. Also, der eine jetzt in dem Fall, der kann ja nicht gebannt werden, der hat ja nichts gemacht. Also, da gibt es überhaupt keine Evidenzien, dass da irgendwas im Busch wäre. Die nächsten paar Tage wird übrigens dann wieder gesponsorter Content kommen. Das erste Mal seit langem, seit Ewigkeiten mal wieder ein bisschen Gambling, Case Opening und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, ist eine ganz neue Seite, direkt dann ihr eigenes Video. Wird auch ein etwas längeres Video, da schaue ich dann rein, wie mir und vor allem, wie uns die Seite so gefällt. Und wenn sie uns zusagt, dann wäre da wohl auch die Option offen, dass ich da dann öfter mal was, was mache und so ein bisschen Gambling betreibe. Ich weiß nicht, wie das aktuell bei euch so steht. Früher wurde danach immer geschrien und gefragt, warum mache ich denn sowas nicht, warum nutze ich nicht diese bekannten Seiten oder warum mache ich keine Case Openings mehr und so weiter. Es ist schon spannend auf jeden Fall. Ja, nur die Geldausgeberei ist natürlich für mich jetzt nicht so... Ja, ich glaube, keiner gibt gerne Geld aus. Die Sache wird mir komplett bezahlt, darum bollere ich da rein und dann gucken wir einfach mal. Gucken wir mal an die Geschichte, ne? Ja, ja. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Haut mal ordentlich rein, wir sehen uns gleich im Livestream. 18 Uhr geht es wieder los und vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Sehr edel von euch. Leider! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.